Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind jetzt wieder mal in Minebia und alles was wir bisher in den letzten Folgen an Infos gesammelt haben, führt uns wieder hier hin. Zu Lysandos Grab oder Tomb. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als jetzt wirklich da rein zu gehen. Dann machen wir hier auch nochmal ein Save Game. Ne, draußen ist immer die 4 und drinnen ist immer 2 und 3 und zur Not, wenn es wirklich nicht anders geht, nutzen wir auch die anderen. Aber ja, hier ist Lysandos Grab. Und hier machen wir ein Save Game auf die 2. Und dann suchen wir hier jetzt eigentlich... Ne, ich habe das hier drücken wollen. Achso, es ist jetzt so, als wären wir hier nie gewesen. Das ist schön. Wir sind hier also nie gewesen. Aber ja, irgendwas werden wir hier jetzt suchen. Autsch. Das war jetzt aber nicht der Geist von Lysandos. Auch wenn hier die Toten rumgeistern, rumirren. Yo, genau jetzt. So, okay. Oh, der hat sogar was. Kann ich hier resten? Für ein paar Sekunden? Stunden? Jo. Okay. Aber das hatten wir ja schon mal. So, geht kaputt. Ach, nö. Jetzt schon? Ach, und. Das reicht nicht, was ich jetzt an Magie habe. Habe ich irgendwie... ...was anderes, was mich... ...entparalysiert? Prayer Breeds. Info. Okay. Hat er nichts. Ja, komm. Du musst auch treffen. Ja, genau so. Das ist richtig. Wie lange dauert jetzt die Paralysierung? Ja. Hm? Ja, komm. Ja, komm. Dann töte mich doch. So, was passiert, wenn ich jetzt mich... ...in den hier verwandle? Erstmal wieder voll. Hm? Ja, so, so. Komm. Der Zauber muss jetzt gleich vorbei sein. So. Dann können wir... ...die wieder aufsetzen. Kann ich hier jetzt... ...ja, das kann ich nur mal machen. Das hier ist jetzt das, was es am meisten Zeit frisst. So, stirbt... ...so, schnell. Ja. Nochmal den hier. Magie fressen die aber ordentlich hier. So. Machen wir nochmal den hier. ...und gehen hier weiter. Oh. Hat er mich sogar erwischt. Wieso? Dann hier nochmal entlang. Okay, keine Türen. Ja, natürlich. Natürlich. Äh, nee. Wir machen wieder den. Gut, dass wir diesmal... ...Zeit ohne Ende haben. Um hier weiter zu kommen. Dass wir jetzt keinen Zeitdruck haben. So. Wie sieht's hier aus? Keine Türen. Aber irgendwer ist hier gestorben, getötet worden. Gestorben worden. Wahrscheinlich oben. Genau. Okay. Ich bin jetzt... ...zauber. Also... hier haben wir uns stimmt ein teleporter hat man glaube ich mal entdeckt und sind hingekommen kam auch nicht wirklich weiter so gibt es noch irgendwie wird zwei türen waren wir wirklich hier also hier ist ja noch einer waren wir wirklich schon mal hier in dem mit dem teleport unterwegs oder bilde ich mir nur ein paar dieser skelette waren also totenschädel waren ja mal teleporter dass wir den hier als teleporter genutzt haben weil sie nichts mehr von so können wir das erst mal hier ein lager so einmal alles hier können wir auch noch mal die moden und hier noch mal wenn wir hier noch mal ein save gehen machen auch die zwei dann würde ich aber auch erstmal alles andere hier durch noten suchen und so weiter ich will schon die schätze hier haben dann nutzen wir später nochmal den teleporter so was fehlt uns noch den weg hatten wir den hier aber noch nicht hier war keine tür hier war keine tür hier war eine genau mach meine magie kaputt das und noch mal so so dann fehlt uns jetzt wieder hier oben noch ein paar hier oben haben wir abgesehen vom teleporter alles hier fehlt uns was ja das reicht so wo geht es denn überhaupt da hin genau der weg führt uns dahin und hier gibt es irgendwo die geister den müssen wir gleich nochmal nehmen so jetzt ist die frage wo lang hier lang das ist der weg so dann genau hier geradeaus durch das fehlt uns noch den haben wir so wo sind die anderen lutz die uns fehlen so oh nice okay hier wo sind wir jetzt ein anderer bereich von dem okay a little bit anders kein gegner kein gegner so wie sieht es hier aus so der geist hat uns nicht im visier warum auch immer jetzt hat er uns gesehen aber war zu spät für ihn ah jetzt hat er uns entdeckt ja jo adamantium stelex sind uns noch einer ne so was gibt es denn hier noch das da und oben gab es noch ein bisschen was zum looten hier ach hier das habe ich übersehen so wen gibt es denn hier noch okay nur noch die spinne und sonst war es das dann müssen wir wieder einmal hoch da hat uns glaube ich noch irgendwo was gefehlt ein abschnitt ein bereich eine tür irgendwie so wird in der richtung niveau ich glaube hier war das oder nee jetzt da lang gehen genau dann geradeaus hier nach oben hier nach oben das hat uns gefehlt das hat uns gefehlt ach nur der so auch noch alles mitnehmen und hier auch noch mal alles mitnehmen ja dann würde ich sagen hier warten wir noch mal nice können auch noch mal ein self game machen dann suchen wir noch mal den weg zur also ja ich weiß wir müssen handen ist das der weg jetzt raus oder das das ist der weg raus genau gut so und hier und hier war das jetzt nach draußen glaube ich genau hier lang das wird raus irgendwie die nur nicht hier welche waren das jetzt genau hier nach unten ah da fehlt noch ein bereich noch ein abschnitt das wird raus aber den bereich haben wir noch nicht na na ist hier jemand nö aber hier haben wir was und das wird hier raus so so das so das heißt dann hier gleich die Tür hier und dann gehen wir die andere entlang weil die müsste uns direkt eher zum Teleporter führen hier und ich frage mich äh ob wir wirklich da schon mal waren 11 33 jo so dann machen wir hier nochmal ein save game auf die 2 so genau hier und dann wäre das geradeaus durch einfach nur geradeaus durch durch das führt uns direkt zu den Teleportern äh geradeaus durch hat die doch besagt ne ja hier hier und hier haben wir den genau durch die Tür gingen wir letzte mal und das müsste das sein was jetzt weiterführt hier machen wir mal ein save game auf die 2 wir haben ja da hinten einen Teleporter der zurück geht ok der bringt uns nichts ja ich weiß ich muss die unschuldigen jagen so komm hier ist nichts wie sieht es hier aus so dann müssten wir ja da geht in Ordnung hier hier noch ein dude lass mich raten hier ist eine geheimtür nö so gucken wir nochmal vielleicht hier wir haben hier eine geheimtür übersehen ok wir gehen da nochmal zurück hier ist er doch ok jetzt ist aber die Frage wo müssen wir hin wo geht es weiter yo machen wir einmal den her die das wird soothe die Gäste von meinem lief Lysandos. However, es ist in den Händen von Gordwog, Warlord von den Orten, in sein Stil-Citadel von Ozenium. Gehe zu ihm in Ozenium und seh, ob es da ist, was er getan ist, um ihn zu geben. Bring das Powder zu mir in Diräni Tower, wenn du es hast. Die Vision clear ist, manchmal, du wünschst, Sorcerer, würde sie einfach nur senden letters, wie andere Folgen machen würde. Warte mal. Medera kam zu mir in der Vision, und sagte mir, dass Lysandos Ghosts könnte soothe, wenn ich convince Gordwog, Lord of the Orten, in Ozenium, zu erzählen, wo es ist. Okay. Also heißen wir jetzt zu früh in Lysandos Grab hier. Dass wir lieber vielleicht zurückgehen sollen. Nicht, dass wir jetzt wirklich hier zu früh sind. Und wir jetzt gegen Lysandos wahrscheinlich kämpfen und nichts haben. So, um gegen ihn anzukommen. Glaub ich, hier bin ich falsch. Und dann gehen wir andauernd drauf, oder so, und stecken so einen Loop fest. Und ihr wisst ja, aus Arena, wie sehr ich es mag, die Loops festzustecken. Ich sage nur, diese drei, vier Folgen, wo wir endlos in eine Richtung gelatscht sind. Und einfach nicht vorankamen. So, Alter. Das ist aber ein sehr, sehr enger Gang. Aber ja, dann gehen wir lieber mal zurück. Und machen uns lieber auf den Weg nach Ozenium. Hier bin ich falsch. Mal wieder. Die Richtung. Das ist der Weg. So, vor allem. Achso. Ich wollte schon sagen, was war das denn jetzt? Okay. Wo haben wir Ozenium? Ozenium. 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 Homes weg. Und dann ja. Dungeons weg. Tempels weg. Okay, dann ist das hier Raidree. Die nächstgrösste Stadt. Dann gehen wir erstmal da hin. Das hier in Norsinium die größte Stadtsiedlung ist. So, was sagt die Uhrzeit? 7.11 Uhr. Und da wollen wir hin. Warte mal, wie heißen die Quest? Ich glaube, ich glaube, das ist, äh, Moment mal, wir können hier keine Orks spielen, als Rasse. Und in Arena, genauso wie in Daggerfall, sind die Orks ja größtenteils eher Beinde. Und jetzt sollen wir eine Quest mit den Orks machen, also wo die Verbündete sein sollen. Heißt, dass die, hier werden die quasi als spielbare Charaktere quasi, äh, hier, Foreshadowing, ist das so in der Art. Also, dass die quasi als freies, unabhängiges Volk, so mit interagieren wollen in der Geschichte und so weiter. Glaube ich, hier beginnt das, wo die daten geplant haben. So, wahrscheinlich sich auch gedacht haben, wie geil werden das, wenn wir es einführen, dass Orks aufspielbare Charaktere sind. So, wie sieht es aber hier in dem Laden aus? Ja, ja, gehen wir gleich. So, hier hat er auch. Ah, ne, hier kann ich das ja noch nicht. So, hier hat er auch nichts dergleichen. Dann wahrscheinlich wieder oben. Ah, komm. Okay, dann können wir hier wieder raus. So, dann können wir einmal uns die Lykantropie antun. Da haben wir noch ein paar Unschuldige. Nice. Na, dass es immer die blonden Frauen sind, die es zuerst erwischt hier. So, dann können wir jetzt das hier ändern, die wieder aufsetzen. So. Und die nächsten Läden einmal abklappern. So, ist das hier der nächste? Nein. Das hier ist es. Und hier haben wir den Fun Shop. Und wir müssen warten. Zwei Stunden, dass wir reichen. Ich hoffe, der hat ihn was für uns. Was Gutes, was Wertvolles. Was Daedritsches. Hat er leider nicht. Hier unten zumindest. Aber dann können wir ihm die Dinger schon mal andrehen. Genauso wie das alles. Habe ich hier noch was? Ja. So, dann gehe ich jetzt noch mal oben gucken. Ach nee, wir haben unser Geld jetzt drüben gelassen. In, äh, in Minervia. Orcish Claymore. Ich finde das grün geil. Ja, wir müssen nachher schauen, wo habe ich jetzt wirklich mein Geld gelassen. War es jetzt in Minervia oder noch in Vairist? Dann einkaufen kann ich jetzt erst mal so oder so nicht. So, was habe ich noch auf Tasche? Ich habe hier noch irgendwie 80 Kilo. Ingredients. Die habe ich noch. Wo haben wir einen Kräuterladen? Der müsste hier irgendwo ja sein. Das hier gehe ich mal von aus. Ist das ein... Ja, hier haben wir einen Kräuterladen. So, wo haben wir die Kräuter? Hier. Okay. So, dann können wir... Hier, äh... came to me in a vision and told me that Lysandos Ghost could be soothed if I can convince God walk the Lord of the Orcs and Osinium to tell me where it is. So. Osinium haben wir hier. In Osinium Area. Wir können hier aber auch so viel Häuser eigentlich besitzen. Das ist... Das ist... Das ist Osinium. Ich kenne das ein bisschen anders. Aber okay. Die Burg sieht... Die Festung sieht schon geil aus. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist nur die Frage, was hiervon ist die Tür, der Eingang? Hier wahrscheinlich hier. Nicht schon nice. Würde ich sagen. Hier machen wir auch nochmal ein Save Game auf... Ja, auf die vier. Weil ich jetzt mir nicht sicher bin, ob das... Ja, ob das jetzt schon als Port von einem Dungeon zählt. Attackieren die mich jetzt? Der attackiert mich, glaube ich, oder? Jo. Die attackieren mich? Oh, Warlord. Ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, die alle hier kaputt zu hauen. Ich hatte gedacht gehabt, oder gehofft gehabt, ich könnte mit denen normal hier quatschen. So. Aber anscheinend ja nicht. So, okay. Dann kann ich jetzt erstmal den Loot hier absetzen. So, wie sieht es hier aus? Das ist alles weg. Also, lasst mich moving. So, hier habe ich genug. Hier kann das alles jetzt weg. So, und dann... 16.581. Können auch noch... Hier in den Wagen rein. So, dann den Katnamb nehmen wir noch mit. Ist das der? So, Medora wants the dust of restful death. Only because I respect the memory of King Lysandus will I do this. The dust can be found in runes of old Barbaros place on her own island. Tell Medora that the price is her support of my claim to the heart. She'll know what it means. Okay. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Okay, das war es jetzt mit dem Ork. Okay, die Orks halten hier nicht viel aus. Muss ich ehrlich sagen. Und die Geräusche sind schon sehr, sehr creepy. Die Frage ist jetzt, machen wir die jetzt alle hier nochmal zum Feind, weil ich hier reingehe, oder werden die das nochmal vergessen? Äh, du bist kein Ork. Interessant, dass hier die Riesen auch noch zugegen sind. Okay, hier geht's nochmal nach oben. So, auch noch einmal looten. So, auch noch mal looten. Autsch. Ich gehe aber erst mal trotzdem Inventar leer machen. Ist, glaube ich, wichtiger. Beziehungsweise, steht die Insel, wo wir hin müssen? Barbaros Place. Auf, äh, Isle of Belfaira. Da muss es sein. Weißt du was? Wir wollen uns mit denen nicht verkacken. Gehen wir direkt. Äh, nee. Das hier wollte ich. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir Barbaros Place aus. Und versuchen wir uns mal hier für die Orks stark zu machen. Weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich für die auch noch einsetzt. Für die Orks. dass die dann auch, äh, ja, Gehör finden. Die wollen ja auch nur anerkannt werden. So, als eigene Zivilisation, als Hörgestellte, als irgendwelche Wilde. Die wollen ja keine Wilde sein. Wie man sieht hier, das ist Osinium. Die haben hier richtige Siedlung. Das ist eine richtige Siedlung. Aber sie wird als Dungeon dargestellt. auf der Map. Wir müssen für dessen Emanzipation hier auch nach uns einsetzen. Finde ich. Das ist richtig. Und dann machen wir ab der nächsten Folge diese leider nicht mehr. Aber trotzdem vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.